Das ist einer meiner Lieblingssongs und ihr kennt den und das ist irgendwie so, er beschreibt so ein gewisses Gefühl, das man bekommt, wenn man jemandem ganz nahe ist. Why do birds suddenly appear? Every time you are near. Why do stars fall down from the sky? Every time you walk by, just like me. They long to be close to you. On the day that you were born and just got together and decided to create a dream come true. So we sprinkled moondust in your air of golden starlight in your eyes of blue. The kiss is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to Hans. Die Carpenters haben diesen Song berühmt und zum Hit gemacht. Und übrigens ursprünglich, ich meine, ich selbst bin natürlich viel, viel zu jung, um diesen Song eigentlich irgendwie zu kennen. Ich, wisst ihr, als ich den zum ersten Mal gesungen habe vor fünf Jahren, da war ich 19. Und, äh... Jedenfalls. Ursprünglich hat diesen Song aufgenommen und es war ein Riesenflop. Richard Chamberlain. Kennt ihr noch jemand? Die Dornenvögel. Ist das nicht krass? Der hat gesungen. Doch, naja, jetzt seid ihr auch ein bisschen schlau. Und... Moment... Moment... Ihr habt Glück, denn... In diesem Augenblick... Es ist soweit, bitte. Kommt Richard Chamberlain? Nein, Richard Chamberlain! Das wäre jetzt die Beatriz. Leider nicht. Wir gucken mal nächstes Jahr. Ja, ne? Wir haben da völlig alle wieder und dann guckt... Vielleicht können wir Richard Chamberlain besorgen. Ist wahrscheinlich jetzt günstig, oder? Ja. Man weiß es nicht. Aber das... Gucken wir dann. Wer fahrt das rechtzeitig? Nein.